Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Superbowl-Indikator, das starke Comeback von Momentum und den Nokia-Move bei SAP. Im Thema des Tages feiern wir den 9000er beim S&P 500 und stellen euch die besten ETFs auf den Erfolgsindex vor. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, ob das Basis-Investment MSCI World jetzt gefährlich wird und welche Alternativen es gibt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Montag, der 12. Februar und wir wünschen euch einen aufgeweckten Start in die Woche. An der Börse geht es ja gerade sehr wild zu. Und vielleicht seid ihr doch etwas müde, weil ihr heute nach den Superbowl geschaut habt. Und das hat auch Börsenrelevanz. Sollten nämlich die San Francisco 49ers gewonnen haben, dann wäre das gut für die Kurse. Denn der Superbowl-Indikator, der besagt, dass nach einem Sieg einer Mannschaft der NFC die Börse im entsprechenden Jahr steigt. Aber ihr müsst keine Angst haben. Im vergangenen Jahr hat der Index versagt. Denn da gewannen die Kansas City Chiefs ein AFC-Team. Und der S&P 500, der legte trotzdem 24 Prozent zu. Aprober S&P 500, der hat am Freitag zum ersten Mal in der Geschichte über der 5000er Punkte mal geschlossen. Und dazu gleich mehr im Thema des Tages. Ja, ein Raumzeit-Kontinuum-Paradoxon. Wir wissen noch nicht, wer gewonnen hat. Ihr vielleicht schon. Kurstreiber waren letzte Woche einmal mehr die Tech-Titel. Entsprechend legte auch der Nasdaq zum Wochenschluss mehr als ein Prozent zu. Der DAX, der schloss am Freitag, leichte Minus bei 16.927 Punkte. Aber über die Woche blieb dann doch ein hauchdünnes Plus übrig. Ein Trend ließ sich in der vergangenen Woche besonders beobachten. Der Anlagefaktor Momentum. Der ist der große Gewinner im laufenden Jahr. Der iShares MSCI World Momentum ist seit Jahresanfang 14 Prozent im Plus. Während der iShares Core MSCI World lediglich sechs Prozent zulegen konnte. Nach drei Jahren mit Underperformance ist der Momentum-Faktor wieder zurück in der Spur. Und wenn man mal schaut, wovon dieser MSCI World Momentum ETF getrieben war. Das waren so die klassischen Lieblinge, über die wir ja ganz häufig auch schon gesprochen haben. Super Microcomputer plus 167 Prozent im laufenden Jahr. Nvidia plus 49, Palantir plus 46, Confluent plus 39, Meta-Plattforms plus 36, Crowdstrike 32, Palo Alto Networks plus 31 und Eli Lilly plus 30 Prozent. Und vom Momentum erfasst wurden jetzt auch die Kryptowährungen. Der Bitcoin kletterte am Wochenende wieder über die 48.000 Dollar Marke und Ether über 2.500 Dollar. Kurzer Rückblick noch auf Freitag. Da war Siemens der größte DAX-Verlierer mit minus zweieinhalb Prozent. Allerdings wurde die Aktie Ex-Dividende gehandelt. Die Aktionäre, die können sich über eine Ausschüttung von 4,70 Euro je Aktie freuen. Das Minus von 4,26 Euro war demnach eigentlich sogar ein Plus. Versorger gehörten hingegen zu den wirklichen Verlierern. Belastend wirkte sich hier der Ausblick von Verbund aus. Der österreichische Stromversorger, der hat mitgeteilt, dass er den Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 deutlich unter den bisherigen Konsenserwartungen sieht. Verbund gab daraufhin sechs Prozent nach. Im DAX fiel RWE um anderthalb Prozent. In Paris ging es für Angers um zwei Prozent nach unten. Angers, wie das ausgesprochen hat, sehr schön. Ich habe hier was typisch Deutsches. BASF, die verloren 1,5 Prozent. Und nach Berichten über angebliche Menschenrechtsverletzungen beschleunigt der Chemiekonzern den geplanten Rückzug aus zwei Gemeinschaftsunternehmen in der chinesischen Region Xinjiang. Und im laufenden Jahr hat BASF schon zehn Prozent wieder verloren. Der DAX hingegen ist ein Prozent im Plus. Und diese China-Wette, die BASF eingegangen ist mit zehn Milliarden Euro Investment, die ist bislang nicht wirklich aufgegangen. Seitdem die nämlich dieses zehn Milliarden Investment bekannt gegeben haben, ist BASF ein Underperformer. An der Wall Street, da knickten Pinterest am Freitag um 9,5 Prozent ein. Das soziale Netzwerk, das hat mit dem Umsatz im vierten Quartal enttäuscht. Für die Aktie des Zahlungsdienstleisters Affirm ging es hingegen 10,9 Prozent abwärts. Hier sind die Quartalszahlen gut ausgefallen, nicht aber der Ausblick. Expedia brachen sogar um 17,8 Prozent ein. Das Online-Reisebüro hat vor sinkenden Reisenachfrage und fallenden Preisen gewarnt. Und dann teilte SAP am Sonntag noch überraschend mit, dass der bisherige Kronprinz von Hasso Plattner für die Spitze des Aufsichtsrats seinen Hut nimmt. Panit Ringen oder Punit Ringen, designierter Chefkontrolleur, der legt nämlich sein Aufsichtsratsmandat zur diesjährigen Hauptversammlung wegen unterschiedlicher Vorstellungen über die Rolle des Aufsichtsratschefs nieder. Neuer Chefkontrolleur soll nun Pekka Alapietila werden, der bei SAP und auch nicht nur bei SAP kein Unbekannter ist. Alapietila daß bereits von 2002 bis 2021 im Aufsichtsrat von SAP und von 1999 bis 2005 war der Finne Präsident bei Nokia. Und zudem gehört der 67-Jährige auch der Expertengruppe für Künstliche Intelligenz der EU-Kommission an. Und SAP, die investieren ja derzeit massiv in KI und deswegen ist es vielleicht auch ein guter Move, dieser Nokia-Move. Und der Manager soll jetzt bei der Hauptversammlung am 15. Mai in das Kontrollgremium gewählt werden und danach dann die Führung übernehmen. Ja, dann bleiben für mich noch die Termine. Ja, genau. Also auf der Makroseite, da haben wir US-Inflationszahlen diese Woche, Einzelhandelsumsätze werden auch vermeldet. Die TUI-Aktionäre, die entscheiden über eine Rückkehr an die Frankfurter Börse. Zahlen gibt es von ThyssenKrupp und der Commerzbank, auch von Airbus gibt es Bilanz und ja, dann haben wir an der Wall Street eine ganze Reihe durchaus spannender Zahlen. Airbnb, Applied Materials, Arista Networks, Cisco Systems, Coca-Cola, Coinbase, Datadoc, DoorDash, Kraft Heinz und Shopify. Ja, und gleich heute, da ist Bundeskanzler Olaf Scholz als Teilnehmer beim symbolischen Spatenstich für das Rheinmetallwerk in Unterluys in Niedersachsen unterwegs. Und dann haben wir noch Börsenfeiertag in Hongkong, China, Japan, Südkorea, Singapur und die Börse in China, die ist wegen des Neujahrsfestes bis Freitag geschlossen. Das Thema des Tages. Die Wall Street, die hat in diesem Jahr wirklich einen irren Lauf hingelegt. Am Freitag, so haben wir es ja eben schon berichtet, schloss der S&P 500 zum ersten Mal über der 5000-Punkte-Marke in seiner 67-jährigen Geschichte. Grund genug, uns im Thema des Tages einen der wichtigsten Börsendizes der Welt mal näher anzuschauen und euch zu verraten, wie ihr beim S&P 500 am besten mitmacht. Vielleicht erstmal kurz zur Erklärung. Der S&P 500, der enthält die Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen. Der vielbeachtete Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wurde erstmals im März 1957 berechnet. Ihn gibt es zurückgerechnet sogar bis 1929. Microsoft ist mit 7,4 Prozent das am höchsten gewichtete Unternehmen, noch vor Apple mit 6,5 Prozent und Nvidia mit 4,22 Prozent. Das kleinste Unternehmen ist die News Corp mit einem Gewicht von nur noch 0,01 Prozent. Und Börsenlegende Warren Buffett, der hat in seinem Testament verfügt, dass seine Erben das Geld, also ihr spendet ja relativ viel, aber das, was sie dann kriegen, zu 90 Prozent in den Börsenindex S&P 500 fließen sollen. Und wenn man sich jetzt mal die Erfolgszahlen anguckt, dann zeigt sich das auch, warum er das gemacht hat. Es hat nur 719 Handelstage gedauert, bis der Index jetzt seinen letzten Meilenstein von 4.000 auf 5.000 Punkte geschafft hat. Und der Anstieg von 2.000 auf 3.000, okay zugegeben, das sind jetzt auch 50 Prozent, die von 4 auf 5.000 waren nur 25 Prozent, belötigte aber 1.227 Handelstage von 2014 bis 2019. Und von 1.000 auf 2.000, das dauerte von 1998 bis 2014 und das waren sogar 4.168 Börsentage. Also es beschleunigt sich das Ganze. Und im Schnitt legte der Index 9,6 Prozent pro Jahr zu. Und in diesem Jahr, da waren es schon 5,4 Prozent. Ja, krass, nach nicht mal anderthalb Monaten. Aber lohnt sich nach einem solchen Run überhaupt noch der Einstieg? Ein paar Indikatoren zeigen schon, dass die Stimmung kurzfristig etwas überhitzt ist und es vielleicht dann doch auch kurzfristig zu einer Korrektur kommen könnte. So ist der CNN Fear and Greed Index auf 78 und damit in den Bereich der extremen Gier gestiegen. Ein ähnliches Bild zeichnet die wöchentliche Umfrage der American Association of Individual Investors. Danach erwarten 49 Prozent der Befragten, dass der S&P 500 auf Sicht von sechs Monaten höher notieren wird. Ich zitiere mal, die optimistische Stimmung ist auf einem ungewöhnlich hohen Niveau und liegt die 14. Woche in Folge über ihrem historischen Durchschnitt von 37,5 Prozent, schreiben die Studienautoren. Auch der Angstindex WIX notiert nahe mehr Jahrestief. Das signalisiert eine bemerkenswerte Sorglosigkeit bei den Investoren. Aber trotzdem sollte der Index langfristig weiter steigen. Dafür spricht der amerikanische Arbeitsmarkt. Der ist stabil. Die US-Wirtschaft dürfte in einem Wahljahr nicht in eine tiefe Rezession stürzen. Und die Unternehmensgewinne, da werde ich jetzt vor den letzten Wochen immer davon berichtet, die waren solide. Und außerdem spricht noch eine weitere Statistik dafür, dass der S&P 500 in diesem Jahr ordentlich wachsen sollte. Der Index hat jetzt gut zwei Jahre gebraucht, um ein neues Allzeithoch zu machen. Das gab es erst siebenmal in der Geschichte vom S&P 500. Und das Gute ist, wenn das so war, dann stand der Index zwölf Monate danach 13 Prozent höher. Und sollte sich diese Statistik auch jetzt wieder bewahrheiten, dann dürfte der Index im Januar kommenden Jahres bei 5468 Punkten stehen. Also rund 10 Prozent höher als heute. Ja, wie seid ihr am besten mit dabei? Aus steuerlicher Sicht sollte der Fonds unbedingt in Irland aufgelegt sein, der den S&P 500 abbildet. Physisch unterlegte ETFs müssen auf Dividenden Quellensteuer zahlen. Bei US-Aktien sind das zum Beispiel 30 Prozent. Mit einer Ausnahme, nämlich bei den ETFs, die in Irland beheimatet sind. Dort beträgt die Quellensteuer nur 15 Prozent. Damit ist die Rendite von S&P 500 ETFs deutlich höher, wenn die ISIN mit IE für Irland anfängt. Und Fondsgesellschaften haben sogar die Möglichkeit, ganz um diese amerikanische Quellensteuer herumzukommen. Das geht mit ETFs, die die Wertentwicklungsindex mit ganz speziellen Konstruktionen nachbilden. Nämlich nicht die 500 Aktien kaufen, sondern den Index mit sogenannten Tauschgeschäften-Swaps nachbauen. Beispiele sind der Amundi S&P 502 oder der X-Trackers S&P 500 Swap ETF. Diese Swap-basierten Indexfonds, die performen etwas besser als die physisch unterlegten S&P 500 ETFs. Wegen der Swap-Gebühren ist die Outperformance nicht riesig. Auf fünf Jahressicht rund zwei Prozentpunkte. Aber ihr wisst ja, es gibt nichts umsonst. Swaps sind Finanzprodukte, die ein klitzekleines zusätzliches Risiko beinhalten. Wer das nicht möchte, nimmt einfach den in Irland aufgelegten iShares-Core S&P 500. Heuer auf unsere AAA-Idee. Da hat uns heute unser Hörer Thilo gebracht. Er ist noch ein relativ neuer AAA-Hörer, muss man sagen. Er ist seit zwei Wochen dabei, regelmäßig, wie er schreibt. Und Thilo informiert sich aber nicht nur bei uns, sondern auch bei den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Und ja, nachdem er da einen Artikel gelesen hat, macht er sich Sorgen. Denn die berichten über das Trump-Risiko im MSCI World. Und konkret geht es darum, dass US-Aktien inzwischen fast 70 Prozent des MSCI World ausmachen. Die Abhängigkeit von der amerikanischen Wirtschaft ist entsprechend groß. Und das, obwohl die USA nur für 25 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung stehen. Ja, einen US-Klumpen gibt es also definitiv im MSCI World. Es ist jetzt nur die Frage, wie groß das Klumpen-Risiko ist. Nicht nur Thilo dürfte sich in diesen Tagen fragen, ob er sich Sorgen machen muss, falls Trump gewählt wird. Zumindest die Kandidatur auf der republikanischen Seite, die dürfte Trump jetzt schon kaum noch zu nehmen sein. Schließlich hätte er die ersten Vorwahlen souverän für sich entschieden. Und wenn ihm seine kriminelle Vergangenheit jetzt nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht, wird er wohl wieder antreten. Und damit droht die Rückkehr des Populisten ins Weiße Haus. Grund genug, sich Sorgen zu machen, gibt es definitiv. Erst am Samstag hat Trump ernsthaft gesagt, er würde Russland regelrecht ermutigen, NATO-Länder anzugreifen, wenn die nicht die vereinbarten Summen in ihre Armeen investiert haben. Ein irrer Typ. Ja, wirklich irre. Aber die Frage neben aller politischen und militärischen Risiken, die Thilo stellt, ist ja, wie groß ist das Risiko, dass es wirtschaftlich so abwärts geht nach einer Trump-Wahl, dass sich die Übergewichtung der US-Firmen im MSCI World so negativ auswirken, dass sie den ganzen MSCI World runterreißen. Wir können natürlich jetzt auch nicht in die Zukunft schauen, aber es hilft natürlich ein Blick auf die erste Trump-Präsidentschaft. Und damals gab es ja auch massive Befürchtungen, aber die haben sich am Ende nicht wirklich bewahrheitet. Der erste Amtsantritt von Trump, der war ja Anfang 2017. In dem Jahr wuchs die US-Wirtschaft um mehr als 2,2 Prozent, deutlich stärker als im Jahr davor. 2018 waren es dann sogar fast 3 Prozent plus und 2019 nochmal 2,3 Prozent. Ja, nur im Corona-Jahr 2020 ging es natürlich auch in den USA heftig abwärts. Jetzt schaut man auf die Börsenentwicklung, kann man über die Trump-Jahre auch nicht wirklich meckern. Der S&P 500, der legte zwischen Anfang 2017 bis Ende 2020 von 2.300 auf 3.700 Punkte zu. Das sind immerhin 60 Prozent. Und da sind noch nicht mal die Dividenden mit drin. Wenn man die noch dazurechnen würde, wäre es sogar noch viel mehr. Und ihr seht, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine Trump-Präsidentschaft auch für Anleger zum Problem wird. Und das hat uns auch in Davos der Historiker Neil Ferguson im Interview gesagt, dass eigentlich ein Trump für die Börsianer zumindest das Beste wäre, weil da die Börsen steigen, weil Börsianer kümmern sich nicht um solche politischen Risiken. Aber trotzdem kann man sich natürlich mal überlegen, wie man das US-Risiko etwas minimieren kann, das es im MSCI World auf jeden Fall gibt. Und das können wir jetzt auch nicht wegreden. Wer also als Basis-Investment jetzt keinen ETF auf den MSCI World, wie zum Beispiel den iShares MSCI World nehmen will, der kann sich stattdessen einfach ein Portfolio aus verschiedenen ETFs zusammenstellen, die jeweils einzelne Regionen der Welt abbilden und die dann eben entsprechend ihrer Wirtschaftsleistung im Depot gewichten. Dazu könnte man beispielsweise den iShares Core MSCI Europe nehmen, den Amundi MSCI Emerging Markets und auch den iShares MSCI USA. Wir packen euch die WKNs wie immer in die Shownotes. Und die SZ-Kollegen, die haben auch schon mal durchgerechnet, wie stark man die unterschiedlichen Regionen gewichten müsste, wenn man sie entsprechend ihrer Wirtschaftsleistung im Depot haben möchte. Nordamerika kommt da auf rund 30 Prozent, Europa auf etwa 20, die Schwellenländer auf rund 40 und dann kann man noch 5 bis 10 Prozent Japan beimischen, zum Beispiel mit dem Amundi MSCI Japan. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa-at-welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast-Player. Und es war im Grunde, wie immer, wenn Sven Schmidt in einer Samstagsfolge zu Gast ist, es gab nicht nur viel Post von euch, er hat wie immer auch ziemlich polarisiert. Diesmal vor allem mit seinen Aussagen zur Fankultur, den Ultras und der Kommerzialisierung des Sports. Und Kevin hat uns zum Beispiel geschrieben, dass er die Samstagsfolgen regelmäßig hört und sich inzwischen am meisten auf die Folgen mit Sven freumt. Aber, und das war groß geschrieben, er als Dauerkarteninhaber findet die, und ich zitiere hier mal, Diffamierung des organisierten Fansports als Lärmbelästigung, so wie Sven Schmidt das gesagt hat, ungeheuerlich. Die Fangruppen würden im Gegenteil eben den Großteil der Stimmung beitragen. Und dann nochmal zitiert, Ich hoffe, Sven besucht nochmal die großen Fußballstadien mit starker Fankultur Frankfurt, Dortmund, Köln und revidiert seine Meinung in der nächsten Folge, schreibt Kevin. Und ich als Rechercheur würde mich am Dienstag zum Champions-League-Spiel gegen Real Madrid nämlich unter die Ultras mischen. Ich habe nämlich eine Karte bekommen und dann kann ich berichten am Mittwoch in der Sendung, ob Sven richtig liegt. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst. RB Leipzig-Ultras. Du willst jetzt was über Fankultur bei Rasenball Leipzig sagen. Also ich als Eintracht Frankfurt-Fan, der kann Kevin da nur zustimmen. Und wenn man erleben will, was es mit der Stimmung in einem Stadion macht, wenn ja das Produktfußball etwas zu stark kommerzialisiert ist, dann rate ich mal zu einem Besuch in der Allianz Arena in München. Da kann man sich das dann anschauen, was dabei rauskommt. Und ob Sven allerdings wirklich seine Meinung ändern wird, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, lieber Kevin. Aber man weiß ja nie und deshalb gilt natürlich, damit ihr auch die nächste Folge mit Sven nicht verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir, lieber Philipp, hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.